Das ist ein schwieriger Begriff, weil er so häufig fast willkürlich definiert wird. Ich würde sagen, Führung ist erstmal die Möglichkeit, bestimmte eigene Interessen gegen andere Interessen durchzusetzen. Also man geht in Führung, um letztlich eigene Interessen über Einfluss durchzusetzen. So würde ich Führung bestimmen. Schwierige Frage. Das Interessante ist erstmal sich zu überlegen, wie Führung und Hierarchie miteinander zusammenhängt. Und das Interessante bei Hierarchien, also eigentlich das zentrale Prinzip in Organisationen, ist, dass Führung auf Dauer gestellt wird. Das heißt, es ist nicht so, dass einmal die eine und dann eine andere Person in Führung geht, sondern eben immer der hierarchisch Vorgesetzte oder die hierarchisch Vorgesetzte, die in Führung geht, von der auch erwartet wird, dass sie in Führung geht. Und dann eben auch erwartet wird, dass alle Mitarbeiter, alle Mitarbeiterinnen, die dieser Führungskraft unterstellt sind, denn eben auch dieser hierarchischen Anweisung folgen. Also Hierarchie ist erstmal die Generalisierung von Führung über bestimmte Personen, die dafür zuständig sind, genau diese Führung zu übernehmen. und dann sind die